Musik 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 Geht's jetzt los eigentlich? Ja, lass doch machen! Proto! 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 Ja, Mann ey, der wird schon keinen Bock mehr. Gut an uns! Musik Musik Ja, am 20. bis 22. November ist es wieder soweit. Wir streamen für den guten Zweck. 48 Stunden live. Auf twitch.tv slash drfreud slash robbubble und slash spacedrocksgaming. Wer hätte das gedacht? Wir sind gerade dabei, ganz viele lustige, tolle Sachen zu planen, damit das Ding ganz lustig und toll wird. Zum Beispiel irgendwelche Musikauftritte und Gäste und Technik und Husten. Mhm. Also tragt euch den Scheiß in den Kalender ein, sonst gibt's eine gepaddelt. Und haltet einen Euro bereit, weil wenn jeder einen Euro spendet, dann spendet jeder einen Euro. Oder hat einen Euro weniger, aber ist nicht so schlimm, weil es nur ein Euro. Genau, und dann gehen aber ganz viele kleine Euros zusammen gemixt an tolle Sachen, wie zum Beispiel Aktion Deutschland hilft und den Deutschen Tierschutzverbund. Und Ärzte gegen Not. Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen. Mann, das alles beizubehalten ist halt voll schwer. Wuhu!